Herzlich willkommen bei der Allradfamilie. Ich stehe hier vor dem Iveco Magirus, den ehemaligen Feuerwehr LKW und den machen wir wüstentauglich. Wir bauen nicht nur H-Tops für jeden Bereich, sondern auch Umbauten nach Kundenwunsch. Dieser alte Feuerwehr LKW wurde umgeschlüsselt auf LKW Kasten geschlossen und bekommt bei uns komplett neuen Kofferaufbau. Dieses Projekt beinhaltet erstens einen komplett neuen Hilfsrahmen zu konstruieren, zweitens hydraulisches Hubdach einzubauen und drittens das Rouladensystem umzubauen, damit man es aufklappen kann. Bis zum nächsten Mal.